Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer kurzen Ankündigung. Und zwar wird es einen Level-Stream mit Ximena Evening Rider und dem kleinen Flügel geben. Ja, ja, und das Ganze heute. Yay! Und zwar um 16 Uhr, heute mal auf dem dritten deutschen Server, also auf Chocolate Mountain. Ja, wir treffen uns um 16 Uhr, wenn ihr mögt, hier in Moorland bei Jena, also hier auf diesem Cavaletti-Platz, wo ich hier auch schon so rumstehe und auf euch warte. Nein, ich warte noch nicht. Es ist ja noch lange nicht 16 Uhr. Aber ja, wer also Lust hat, heute mit mir zu leveln, wir wollen hier weiter gucken mit dem kleinen Flügelchen, dass der mal weiterkommt. Und ja, er steckt mich noch im Level 5 fest und da ist also noch ein bisschen Platz nach oben. Ich würde mich freuen, euch um 16 Uhr auf dem dritten deutschen Server Chocolate Mountain in Moorland hinter Jena zu finden und zu treffen. Tja, wir werden irgendwie leveln, circa anderthalb, zwei Stunden. Wie wir gerade Lust und Laune haben, schauen wir mal. Ja, ich würde mich freuen. Wie gesagt, bis dahin, ihr Lieben. Tschüss!